Jo moin! Wie angekündigt habe ich noch mal ein weiteres Fass-Opening, wieder mit 25 Fässern, wie ihr seht. Schop, jetzt gibt es wohl wieder. Wieder mit 25 Fässern, ich würde einfach sagen, wir öffnen noch mal ein paar. Jupp, machen wir. Ich hoffe natürlich wieder auf ein paar schöne neue Karten hier. Na, ist er noch nicht. Ja, gut, dann nehmen wir noch mal den Vicovarodoktor als Animierte mit. Erste Fass, wieder nichts Schönes an sich. So. Ja, da leider auch nicht, aber es sind halt auch wieder Scraps, die ich auch an sich gebrauchen kann, um dann mehrere der neuen Karten herzustellen. Ich habe noch 310, also ich weiß gar nicht, weil ich zuletzt 310 Scraps hatte. Oder generell so wenig. Das ist schon ganz schön krass, wie schnell die einfach mal so weggingen. Guckt man sich ein cooles Deck an und schwupps, alle Scraps sind weg. Ich weiß noch nicht, wann ihr das Video hier zu sehen bekommt, hier ein Eistroll. Aber ich möchte eigentlich nicht 3 Fass-Openings hintereinander euch zeigen. Oh, hier wieder die Kartoffelschäler. Als Animierte diesmal. Haben wir die 3 Mal. Ähm, ich möchte nicht 3 Tage hintereinander Fass-Openings machen. Ich finde es schon ein bisschen doof, dass ich jetzt 2 Tage hintereinander Eiz gebracht habe. Oh, hier wieder ein Eistroll. Aber es ging halt nicht anders und, ähm, ja. Mal gucken, wann es den ersten Deckbilder geben wird. Ich hoffe mal, wenn ihr das Video seht, dann habe ich schon einen gebracht. Das sollte eigentlich der Fall sein. So, was haben wir denn hier? Winde, Sporen und Alpha-Werwolf. Ich glaube, ich nehme Alpha-Werwolf. Was ich eigentlich mal Bock habe auf... So. Nehmen wir den Edirin Hammerspringer. Sorry, ich muss mal kurz einen Cut setzen. Aber wir machen mal weiter mit den Fässern. So. Och, meh. Oh, Gold... Toll. Da freue ich mich über Goldkarten und wir haben alle 3 schon. Äh. Ja, komm, hier nehmen wir Regis. Och, Mann. Das ist doch Kacke. Da kriegt man Goldkarten. Gibt viele neue Karten. Und was kriegt man? 3 Goldkarten, die man schon hat. Toll. Hier wieder ein Eistroll. Den habe ich jetzt vielleicht auch schon 5 Mal oder so. Aber hier haben wir wieder neue. Goldener Schaum. Verfluchter Ritter und Sklaventreiber. Goldener Schaum. Wirke Segen auf eine verbindete Reihe. Der zu Beginn deines Zuges bis zu 2 zufähig gewählten Einheiten um 1 verbessert. Verfluchter Ritter. 8 Stärke. Erstmal der Rüstung von 2. Und verwandle eine verfluchte, verbündete Einheit in eine Kopie dieser Einheit. Okay. Der Sklaventreiber mit der Stärke von 2. Erschaffe eine Bronzeneinheit aus dem Startdeck deines Gegners. Boah. Ich glaube, ich nehme hier den verfluchten Ritter mal mit. Ich weiß, keine Ahnung. Hallo. Ah, jetzt. Keine Ahnung, was er hätte nehmen sollen. Öffnen wir mal ein weiteres Fass. 2 Neutralen hier. Ah, toll. Nee. Ich habe irgendwie hier nicht so richtig Glück, glaube ich. Oh, hier. Sirene. Spiele Mondlich aus deinem Deck aus. Und Winde. Erschaffe eine nötige Königreiche Bronzemaschine. Ich glaube, ich nehme Sirene. Nehme ich die? Ja, doch. Die nehmen wir mit. Aber das waren schon die ersten 10. Wir hatten zwar einmal eine Goldkarte, aber ja, den Rest kennt ihr. Und hier haben wir den gematerten Magier mit einer Stärke von 2 von den Königreiche. Sieh dir bis zu 2 Bronzeneinheit oder Gegenstände aus deinem Deck an und spiele dann einen davon aus. Ja, den nehmen wir definitiv mit. Sieht auch echt cool aus, die Karte, finde ich. Die anderen beiden waren ja alte, die wir auch schon dreimal hatten. Da fällt dann die Wahl nicht sehr schwierig. Oder ist die Wahl nicht sehr schwierig. Hier haben wir Sirenen als animierte Karte. Sieht auch cool aus. Gefällt mir. Haben wir die jetzt auch dreimal schon. So, und dann hier wilder Bär wieder. Der Hauding Speer und das Mondlicht. Nehmen wir das Mondlicht mit. Haben wir dann auch dreimal. Sehr cool. Zwei neue Karten hier in dem Fass. Und beide haben wir jetzt dreimal. Die eine zwar einmal als animierte, zweimal als normal, aber haben wir auch dreimal so. Reicht mir eigentlich. Einmal den Mahakam freiwilligen als animierte Karte. Rufe alle Kopien dieser Einheit herbei. Ja, okay. So, hier haben wir die epischen Schellen Skacks und Hauders Kommandanten haben wir schon einmal. Ne Neki auch einmal, aber hier als animierte Karte nehmen wir die mit. Normalerweise würde ich mich eigentlich über sowas freuen. Aber da es so viele neue Karten gibt, da hält sich das dann auch wieder in Grenzen. Oh, hier. Die Vision Magne ist mir egal. Der Clan Großschweil ist mir egal. Alpha Wehrwolf als animierte Karte. Nehmen wir definitiv mit. Sehr cool. Das freut mich. Wobei es mir bei den neuen Karten eigentlich... Yeah, Ablenkungsmanöver. Geil. Und einmal der Wehrwolf. Das ist wiederum cool. Ich wollte gerade sagen, bei den neuen Karten war ich relativ egal, ob sie animiert sind oder nicht. Da geht es mir eigentlich in erster Linie drum. Hauptsache haben. Hier war es Mahakam, Mahorn, Jotun. Die haben wir beide schon einmal. Auch eine neue Karte. Aber hier auch das Schwarze Blut. Äh, eine neutrale Karte. Haben wir noch nicht. Wähle, erschaffe eine Bronze- oder Silber-Nekrophagen- oder Vampir- oder Vampir- oder zerstöre einen Bronze- oder Silber-Nekrophagen- oder Vampir. Jo, nehmen wir auch noch mit. Neue Silberkarte. Sehr gut. Und noch der Wehrwolf. Das ist ein schönes Fass, finde ich. So. Hier haben wir jetzt nichts der neuen. Aber hier wieder. Katrin Ritter. Stärke 8. Von der nötigen Königreichen. Rüstung von 2. Verbesserter Design hat um 5. Wenn sie aus dem Deck ausgespielt wird. Oder der goldene Schaum. Ich glaube, ich nehme hier den Katrin Ritter mal mit. Joa, doch. Ich glaube, das war eine ganz gute Wahl. Ich glaube, das Fass-Opening hier wird auch im Vergleich zu den anderen beiden recht kurz. Oh, hier ein Maha-Krampf-Verewilliger. Den haben wir schon insgesamt viermal jetzt. Genauso wie in Pirah Brigade. Flegel haben wir erst einmal. Verursache 5 Schaden und generiere einen Geist. Nehmen wir die doch mit. So, 8 Stück haben wir noch. Dann sind schon wieder 25 weg. Und man hat 75 Fässer. Der Nifka dritt als animierte Karte. Okay. So, dann haben wir hier den Clan Brigant. Mit einer Stärke von 7. Von den Skelligen. Verursache 4 Schaden. Ist die Zieleinheit eine auferstandene Einheit. Füge erstattet 6 Schaden zu. Nehmen wir gerne mit. Eine der neuen Karten. Hatten wir noch gar nicht. Ich hatte, glaube ich, einmal schon zur Auswahl. Aber da habe ich mich für was anderes anscheinend entschieden. Aber gerade war die Auswahl nicht sehr schwierig. So, hier einmal Wachposten. Wachposten, Stärke 8 der Fraktion Nilfgaard. Verbessere alle Kopien eines Soldaten und zwei. Ich glaube, die habe ich auch schon einmal. Habe es auf jeden Fall schon mal gesehen. Hier Albert Pekingier. Elfen Schwertmeister als animierte. Aber wir nehmen den verfluchten Ritter nochmal. Dann haben wir den zum zweiten Mal. Wäre da jetzt was anderes gewesen. Was ich schon dreimal hätte oder so. Dann hätte ich den Schwertmeister in der Mitte genommen. Aber so, nehmen wir doch die neue Karte mit. So, hier dreimal Skellige. Okay. Hier haben wir einen Panther. In der Stärke von 4. Füge in der Gegner schon in einer Reihe mit weniger als 4. 1,7 Schaden so. Nehmen wir doch mit. Hatten wir auch schon einmal vorher. So, die letzten 5 Stück. Ah, okay. Ne, die habe ich noch gar nicht. Ich habe es halt nur als animierte dreimal. Aber wir nehmen die Elfenklingel. Füge eine Einheit, die keinen Elf ist, den Schaden zu von Scoia-Tel. Hier auch 3 Scoia-Tel-Karten fast. So. Oh, okay. Goldkarten, geil. Tibor als normale Karte. Ich habe die animierte. Wir sehen mir Mentor. Okay, das muss ich auch nicht. Aber hier in der Mitte. Die Weberin-Beschwörung mit einer Stärke von 4. Der Monster. Von auswählen. Zwischen kräftige, alle verbündeten Relikte um 2. Unabhängig von deren Position. Oder spiel eine Bronze- oder Silber-Relikt. Oder spiel ein Bronze- oder Silber-Relikt aus deinem Deck aus. Und kräftiges um 2. Nehmen wir die doch gerne mit. Sehr geil. Eine neue Goldkarte. Wunderbar. Das freut mich. Mit 3 Fässern jetzt kann das gerne so weitergehen. Dann wisst ihr hier nicht. Aber wenn ihr hier die Kiano habt, die als animierte Karte dabei ist. Aber hier wieder Winde. Die nehmen wir mit. Und zweites Mal haben wir die jetzt. So, die letzten 2 Fässer. Komm, gibt hier noch was Gutes. Aber das ist bisher nicht. Aber hier... Drei Goldkarten, alle 3 haben wir schon. Nehmen wir hier den Sokobus mit. Schade. Aber das gibt immerhin Scraps. Man muss sie auch mal positiv sehen, ne? So, das letzte Fass. Nebling. Vivern. Friert, Dragonair. Und Speer der blauen Streifen. Streifen als animierte. Und... Ach, naja gut. Der Piratenkapitän, verstärkte Balliste. Und der halbelfische Jäger mit einer Stärke von 6 generieren eine Kopie dieser Einheit. Nehmen wir die doch mit. Immerhin noch eine der neuen Karten im letzten Fass. So. Ihr habt jetzt, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, 75 Fässer gesehen. Ich habe insgesamt 76 aufgemacht. Eins habe ich nicht gezeigt. Das habe ich so zwischendurch mal aufgemacht, um auf 15 Fässer zu kommen, statt 16. Aus den 75 bzw. 76 Fässern bekommen wir 4.600... Ach Gott. 4.060 Scraps raus. Wir malen 300 und eine Karte. Davon 259. Ja, normale. 31 seltene. Neun epische. Und zwei Goldkarten. So. Holen wir uns mal die Scraps. Sind wir immerhin wieder bei 4.370. Damit kann ich ja ein paar Karten wiederherstellen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, und das wäre es soweit mit dem Video. Mal gucken, wann ich das online stelle. Ähm, ich glaube, ihr hattet jetzt zwei Fass-Openings. Und es kommt ja bald der 25. Dezember. Es waren 25 Fässer. Ich glaube, das passt doch ganz gut, wenn wir dieses Fass-Openings einfach am 25. veröffentlichen. Oder ich es euch veröffentliche, so besser gesagt. Ich glaube, das mache ich so. Wenn nicht, dann seht ihr es halt an einem anderen Tag. Je nachdem, wie ich mich entschieden habe. Aber voraussichtlich wird es der 25. sein, wenn ihr das Video gesehen habt. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen mehr Glück. Kann man das so sagen bei den neuen Karten? Ich denke mal, ja. Beim Ziehen. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's bis dahin gut. Haut rein und ciao.